Was war das für mich? Wie stand alles im Finalkader, als Schwono 2018 in Zürich den Cup gewonnen hat? Als Hilfe sind 13 Spielerinnen gewesen. Ich? Ich auch. Pascal wieder. Ivana Luas. Xenia Hodl. Nelly Irman. Spahr Nadja. Ähm, Cidi. Patricia Ramseyer. Leila Troxler. Ja, ich habe es gewusst. Nein! Sie war auf der Tribüne. Pupulia. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020